Moin und herzlich willkommen beim POD-Journal. Das ist Episode 13 vom 1. Dezember 2023. Ich bin Jörn Schaar, Journalist und Podcaster aus Riesebüh und ich kehre einmal im Monat die Nachrichten für die deutsche Indie-Podcast-Szene zusammen. Die Jahresrückblickseinschläge kommen immer näher. Spotify und Apple Podcast haben Daten für PodcasterInnen und fürs Publikum veröffentlicht. Auf den Jahresrückblick müsst ihr bei mir noch ungefähr vier Wochen warten. Ich habe andere spannende Themen dabei. Der Podlove-Publisher für WordPress ist in der Version 4 veröffentlicht worden. Darüber hatte ich mit Dirk aus dem EntwicklerInnen-Team beim Podstock kurz gesprochen. Das war hier auch schon Thema. Die meisten Änderungen sind eher optisch und funktionieren für mich zumindest richtig gut. Und die ersten 8 Bug-Fix-Releases sind auch schon draußen. Ein weiteres ist für den Erscheinungstag dieser Episode angekündigt. Stichwort Podlove. Mein Security-Plugin meckert schon eine ganze Weile über eine vermeintliche Sicherheitslücke im Podlove-Webplayer. Richtig viele Details gibt es dazu nicht, weil das Problem in einem Portal bekannt gemacht wurde, für das man Zugangsdaten braucht oder Geld bezahlen muss. Der Fix ist, so die Vermutung der Entwickler, vermutlich einigermaßen trivial, aber ohne Details eben nicht machbar. Und das Plugin auf diesem Portal zu claimen, ist wohl eher schwierig. Der kostenlose Open-Source-Editor Audacity liegt jetzt in der Version 3.4 vor. Die neue Version bringt unter anderem besseres Timestretching und bessere Tonqualität beim MP3-Export, weil da jetzt standardmäßig Joint Stereo benutzt wird. Die Produkte von Rode und das neue macOS Sonoma haben sich bisher nicht besonders gut vertragen. In einem Blogpost hat Rode jetzt lapidar verkündet, dass die Probleme mit dem Betriebssystem-Update auf 14.1 behoben werden. Das Portal podcaster-Innen.org steht vor dem Aus. Dort können sich Frauen und nicht-binäre Podcastende ein Profil anlegen, um besser gefunden zu werden. So eine Art Telefonbuch gewissermaßen. Wenn also ein Podcast-Team jemanden für einen Gastauftritt sucht, dann gilt mit diesem Portal die Ausrede, wir haben aber keine Frau gefunden, einfach nicht mehr. Allerdings haben Daniela und Michi keine Zeit mehr für die Wartung und den Betrieb und suchen jetzt eine Nachfolge. Ich habe mir von Daniela erklären lassen, wer dafür in Frage kommen könnte. Ich denke, dass es mindestens zwei Personen brauchen wird. Wir haben uns immer so aufgeteilt, dass Michi Frontend und Backend entwickelt hat, programmiert hat und ich die Inhalte geliefert habe, Social Media betreut habe, geguckt habe, was wollen wir als nächstes machen. Wir haben auf GitHub noch einen Haufen offener Tickets, die auch gerne übernommen werden können mit Ideen, was man an der Webseite noch weiterentwickeln kann. Das Community-Building steht vielleicht jetzt sogar auch eher noch ein bisschen mehr im Vordergrund, weil die Webseite an sich ja läuft. Gut, wir hatten zwischendurch immer wieder Zertifikatsprobleme, aber wir hatten auch immer wieder liebe UserInnen, die uns darauf hingewiesen haben. Man sollte natürlich einfach Spaß auch daran haben. Man muss sich auch klar sein, dass man unentgeltlich arbeitet. Also wir haben es halt nie geschafft, das irgendwie in ein bezahlbares Ding umzuwandeln oder uns Spenden einzusammeln oder was man da alles machen kann. Man sollte auf jeden Fall Spaß auch an der Plattform haben. Man muss nicht unbedingt podcasten, aber man sollte auf jeden Fall der Community nahestehen, weil darum geht es ja am Ende auch. Ich denke, wenn man zu dritt oder zu viert ist, ist es vielleicht sogar noch besser, weil man sich die Dinge besser aufteilen kann und sich auch gegenseitig ein bisschen pushen kann, dass es doch weiter vorangeht. Das fehlte uns am Ende dann auch ein bisschen. Die Frist dafür ist einigermaßen kurz. Wenn sich niemand findet, dann wird podcasterInnen.org zum Jahresende geschlossen. Den entsprechenden Aufruf findet ihr im Sendegate und den Link dazu in den Shownotes auf podjournal.de. Der Webplayer von Pocket Casts kann nicht nur in WordPress-Blogs eingebunden werden und sieht dabei ziemlich gut aus. Er unterstützt seit neuestem auch Kapitelmarken im Podlove Simple Chapters Format. Wenn man Pocket Casts als App nutzt, dann kann man jetzt auch zwei Sorten Premium-Accounts abschließen. Pocket Casts Plus bietet unter anderem 20 GB Cloud-Speicher für Episoden und Apps für Uhren und andere Wearables für umgerechnet rund 45 Euro pro Jahr. Pocket Casts Patron kostet rund 111 Euro im Jahr und verspricht 100 GB Speicher. Early Access zu neuen Features und alles, was die Plus-Variante auch kann. Die iOS-Podcast-App Castro wird wohl über kurz oder lang nicht mehr verfügbar sein, berichtet podnews.net. Die App ist schon seit einigen Tagen im Streik, wohl wegen eines fehlenden HTTPS-Zertifikats. Es gibt deshalb keine Möglichkeit, die eigene Datenbank zu exportieren. Als Ersatz wird im Feddiverse die App Podcat empfohlen. Auphonic released neue Features inzwischen so pünktlich vor meinem Veröffentlichungstermin, dass ich sie noch bequem in meine Episoden einbauen kann. Dafür vielen Dank. Der Amp-Filter wurde verbessert. In meinem ersten Test mit der letzten Episode des Nord-Süd-Gefälles war mir das ein bisschen zu hart am Wind. Da waren einige etwas harte Schnitte drin, fand ich. Das werde ich weiter testen und dann Feedback direkt an Auphonic geben. Ganz neu bei Auphonic ist, dass deren Dinoise-Filter jetzt auch Mundgeräusche wie Schmatzen entfernt. Das finde ich wirklich gut, weil das im Schnitt immer eine Heidenarbeit ist und ein ganz neuer Filter entfernt jetzt auch Atemgeräusche. Da bin ich ehrlich gesagt noch vorsichtig. Einerseits finde ich dieses klassische Vadern, also dieses schnaufend ins Mikrofon atmen, hochgradig nervig und ich freue mich, wenn das automatisch entfernt wird. Einatemgeräusche sollten nach meinem Empfinden aber nicht weggefiltert werden. Ich bin ein bisschen oldschool, gebe ich zu. Ich denke, jeder Mensch atmet und wenn ich Audioaufnahmen ohne Atmer höre, kriege ich selber schlechter Luft. Das ist psychosomatisch. Für mich klingt das einfach unnatürlich, wenn jedes einzelne Atemgeräusch aus dem Audio verschwindet und das macht dieser Filter eben tatsächlich. Klingt für mich persönlich nicht gut. Das muss ich mir noch ganz genau angucken. Mein erster Test war nicht so schön. Spotify hat nicht nur den Wrapped-Jahresrückblick veröffentlicht, sondern auch eine Fanstudie. Sprich, die haben einfach mal sehr genau auf die Hörgewohnheiten ihrer KundInnen geguckt und dabei wieder einmal Dinge festgestellt, die man schon aus anderen Erhebungen kennt. Podcasts sind ein Gewohnheitsmedium geworden. Die meisten Leute hören zu den klassischen Pendlerzeiten morgens und abends, weniger am Wochenende. Nachrichtenformate werden häufig morgens gehört, dann wenn das Podjournal erscheint. Schöne Grüße übrigens. Unterhaltung für Kinder und Familie eher abends. Noch ein paar mehr Daten auch zu Videopodcasting gibt es hinter dem Link in den Shownotes auf podjournal.de. Seit Mitte November kann man Podcasts bei YouTube auch per RSS-Feed einbinden. Das war schon ewig angekündigt. Das war hier schon ganz oft Thema. Jetzt ist es endlich da, dieses Feature und ich bin enttäuscht. Also es funktioniert so. YouTube hostet selbst und es codiert das Audio auch noch einmal neu zu einer Art Video. Aber es nimmt halt nur ein Standbild ohne Wellenform und das ist damit ziemlich langweilig anzugucken. Zumindest noch vor einigen Jahren hat YouTubes eigener Algorithmus sowas sogar noch abgestraft. Also wenn du ein Video veröffentlicht hast, das kein Video war, wo sich nichts bewegt hat, dann wurde dieses Video weniger ausgespielt. Deswegen rendert zum Beispiel auf Phonik eine Wellenform über das Titelbild oder fügt bei Kapitelmarken Bilder ein, wenn man das denn so eingestellt hat. Was mich auch enttäuscht, YouTube übernimmt so gut wie nichts aus dem RSS-Feed außer Audio und Shownotes. Eingebettete Kapitelmarken oder Transkriptionen werden einfach ignoriert, was schade ist, denn ich gebe mir damit echt Mühe und dann macht es YouTube halt automatisch mit dem eigenen Kram unschlecht. Ich verlinke mal quatschhalber Jörn Schaas feinen YouTube-Kanal. Dort findet ihr sowohl das Podjournal, das per RSS eingefügt wird, als auch meinen Personal Podcast, den ich da per Hand hochlade und noch mir eine Menge Arbeit mit den Episoden mache, damit das auch cool ist mit Transkriptionen, Kapitelmarken, sogar Infokarten zu verknüpften Folgen. Achtet da mal auf die Unterschiede. Was ich übrigens auch verlinke, ist ein Tutorial auf meiner eigenen Seite, wie man seinen Podcast per RSS in YouTube importieren und somit eben auch automatisch aktuell halten kann. Das Ergebnis ist ohne diese Automation zwar besser, aber vielleicht bin ich ja auch einfach nur ein doofer Perfektionist. Am 27. Dezember startet in Hamburg der 37. Chaos Communication Congress. Das ist nicht direkt ein Podcast-Event, aber der chaosnahe Teil der deutschsprachigen Szene ist dort mit einer eigenen Assembly vertreten. Die Planungen dafür laufen auf Hochtouren. Wir wollen auch in diesem Jahr wieder einen Podcast-Tisch und ein bisschen Bühnenprogramm anbieten. Wer schon ein Kongress-Ticket hat und gerne seinen ersten Podcast aufnehmen möchte oder das erste Mal vor Live-Publikum podcasten will, ist bei uns richtig. Der Link zum Call for Podcasts ist in den Shownotes dieser Episode. Einreichungsschluss ist der 20. Dezember. Castopod gibt es jetzt in Version 1.7. Die neue Version bringt unter anderem einklappbare Menüs und weitere Designverbesserungen. Und das war es auch schon für diesen Monat. Meine Castopod-Instanz föderiert wieder. Der Fehler lag tatsächlich daran, dass die Instanz home.social geschlossen worden ist. Jetzt, wo auch die Domain aus dem DNS raus ist, läuft Castopod beim Föderationsversuch nicht mehr in einen Timeout. Und das ist schön. Entsprechend könnt ihr das Podjournal wieder direkt anschreiben. Im Fediverse bin ich persönlich at schasen at chaos.social. Themenhinweise oder Kritik sind aber auch per Mail willkommen an redaktion-at-podjournal.de.